Heute begrüßen wir auf uns an der Bühne Stefan Belser und wir sind in der Bühne. Blavetschi, hat sich noch? Hallo! Blavetschi! Blutten heute frei! Saborita! 1 2 2 3 2 3 1 2 3 3 5 Mit diesem kurzen Pass, im Schlafraum. Ganz genau. Oh krass. Ja, da wollte er auch keinen Fall. Das ist ein Männerbild. Er ärgert sich aber... Wenn wir uns in Deutschland... Das ist dreckig. Das ist dreckig. Alles ist dreckig. ...ist man das. Das ist halt echt warm. Kostümlich? Das ist richtig. Der Sitz der Krufe. Dann haben wir die andere Seite. Verstehen? Vielen Dank.